Aber die Jungs sind heiß und wollen sich sicher wehren. Ja, ein spannendes Spiel gäbe, da bin ich mir sicher zwischen den zwei. Verrücktes Spiel, was die Aufstellung betrifft gegen Düsseldorf. Werden, glaube ich, im Doppel-Linken rausdrehen, die Spieler jetzt sich komplett auf die TTB11 fokussieren können. Einfach derjenige ist, der aktiv ist. Quasi die zweite Bubble von der WTT mit den ersten Contender-Turnieren. Überraschungseffekt, dritter Satzball. Und da war dann doch wirklich einiges drin. Da haben sie schon zu oft gegeneinander gespielt. Natürlich auch weiß, wie wichtig ein Erfolg für die Mannschaft. Gegen 3-1 für Dang aus. So, dass ich es noch in Erinnerung habe. Dang wieder ein bisschen auf Tuchfühlung. Dang kann seine anfänglich bessere Position nicht nutzen. Quasi befreit sich gut. Kann er halten. 9-4. Und sogar Ausbau. Das Spiel an sich zu reisen. Aber er macht es richtig gut. Und so. Gut nach dem Netzroller. Na rechter. Es geht nur über aktiv. Wenn Topspin anfängt. 5-5. Aufschlag. 8-8. Dang muss punkten. Das ist letztendlich. Mutig auf jeden Fall. Oder sein. Ja, das war natürliche Vorlag. 3-0 Erfolg. Verdient muss man auch sagen. 1-0. Aufschlag. Abschluss in direkten. 2-0. 2-0. 2-0. 5-0. Vielen Dank.